Hallo meine Lieben, ich grüße euch, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Frau Knampf, eigentlich heiße ich Verena und heute habe ich wieder ein Adventskalender-Unboxing für euch. Aber diesmal ist es ein Adventskalender-Unboxing der ganz besonderen Art. Denn diesen Adventskalender, den ich euch heute vorstelle, den könnt ihr nirgendwo käuflich erwerben. Ich habe nämlich einen Adventskalender getauscht und zwar mit einer Abonnentin von mir, die auch mit mir in einer Wandergruppe ist und zwar der lieben Elena. Ja, guckt mal hier hinten. Den hier habe ich Elena gepackt. Ich habe ihr den Brigitte Box Adventskalender vom letzten Jahr neu befüllt. Und ich will aber Elena nicht spoilern, deswegen sage ich euch nicht, was drin ist. Aber den ungefähren Wert der Adventskalender ist ungefähr um die 400 Euro wert. Jo, ich habe das Paket schon mal aufgemacht und wurde, also nur das Klebeband geöffnet und wurde mit sehr viel, ja gutem Füllmaterial begrüßt. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal weg tun und dann mal gucken, was ich für einen Adventskalender bekomme, weil ich weiß es nicht. Wir haben nur gesagt, wir befüllen ein Alpenbier. Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Geschenk? Es ist mit einer Orchidee. Heißer Scheiß. Moment. Waaah. Wie wird das? Oh, war das mal hier irgendwo festgeklebt? Ja. Das hat die Reise irgendwie nicht so ganz gut überstanden, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Es ist anscheinend ein sehr schön verpacktes Paket. Ist das vielleicht die 24, die nicht hineingepasst hat? Ich weiß es nicht, aber es ist eine Karte dabei und ich bin mit sicher, ich darf es lesen. Liebe Verena, dieser Adventskalender ist exklusiv für dich zusammengestellt. Ich hoffe, du wirst jeden Tag Freude beim Auspacken haben. Das große Paket ist für den 24., also nicht vorher öffnen. Ich hoffe, das Verpackungsopfer, das Verpackungsopferherz schlägt höher. Fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr, Elena. Oh, wie schön. Okay, also werde ich dieses Paket definitiv nicht auspacken. Es hört sich aber toll an. Nein, die heutige Idee ist ja gefallen. Das heißt, die hier, also dieses Päckchen, werde ich mir in meinem Schlagzimmer aufheben für den 24. und auch wirklich da erst reinschauen. Sehr gut, dass mein Adventskalender hier noch steht, weil das wäre sehr peinlich geworden, glaube ich. Ja, dann schaue ich mal, was ich schönes für dich noch finde, was ich dir als 24. extra Türchen noch verpacken kann. Okay, goodie. Dann lege ich das zur Seite, sehr schön. Und dann schauen wir mal, was ich von anderen zu können bekomme. Ja, warum ich lache. Ich hole ihn mal raus. Das ist der Brigitte Box Adventskalender. Ja, mal gucken, nicht, dass ich den mit dem hier hinten dann verwechsel. Okay, der bleibt jetzt hier hinten stehen, damit ich ganz genau weiß, der ist das nicht. Also, ich zeige ihn euch nochmal vom Nahen. So schaut der aus. Also original wie letztes Jahr. Und ich denke, ich lasse ihn wieder hier neben mir liegen und wir fangen gleich an. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Und es ist einmal von einer Marke, die ich nicht aussprechen kann. Scheint was Französisches zu sein. Hubert, oder wie gesagt Hubert, Isabelle, Domano, ein Fluid Parfumé, Hydrotant pour le corps. Also eine, ja, parfümierte Bodylotion praktisch für den Körper. Von Silsley Paris. Ah ja, da rieche ich doch gleich mal ran. Ich liebe es ja, mich einzuduften. Rums, das war der Karton. Oh ja, die ist gut parfümiert. Ja. Hm, das fliegt so ein bisschen nach. Es hätte ich gesagt Blume, aber auf den zweiten Duft auch recht würzig, fast schon pfeffrig. Hm. Boah, auf die freue ich mich. Die kommt hier in den oberen Bereich, damit ich es auch rieche, definitiv. Ha, und ja, eine Luvus Heil Erde Passe. Ah, Hautfallen. Ich leide ja unter Akne, ne. Das heißt, ich kann diese Masken immer gebrauchen. Immer. Immer. Egal welche Masken. Hauptsache wegen meiner Akne. Das ist jetzt natürlich hier so schön im Schmink da unten. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Start. Hm. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr so gutes Zeug, weil dann weiß ich nicht, wo ich die ganzen guten Düfte hinschmieren soll. Okay. Die 2 ist ein Klopper. Ein großer, goldener Klopper. Aber bei mir ist die 2 viel, viel schwerer. Nur, dass ihr es wisst. Und ja, ich weiß es nicht. Oh, von Olaplex. Was für die Haare. Äh, ein Hair Perfekter. Repairs and Strengthens all Hair Types. Sehr schön. Doch. Used before Shampooing. Not a Conditioner. Ganz wichtig. It's a Bond Builder. Joa, darfst du nur einmal per Woche benutzen. Schön. For damaged hair, 2-3 Mal per Woche. Also, 2-3 Mal pro Woche. Sehr schön. Ich habe von Olaplex noch nichts ausprobiert, deswegen freue ich mich darüber sehr. Ich tue das hier immer wieder rein, weil ich mir diesen Adventskalender auch hinstellen möchte, dann an Weihnachten. Ich habe ja in meinem Adventskalender-Info-Video schon gesagt, dass ich die anderen Adventskalender, ja, so eher sammle und mir dann so Kütchen mache. Aber der bleibt so, wie er ist. Der wird so wieder aufgestellt. Und dann habe ich jeden Tag nochmal meine Freude schon. Uh, hört sich das Gewitter. Ich habe die Balkontür, also besser gesagt, unsere Terrassentür leider offen. Es ist so warm in diesem Weihnachtskullover, muss ich die Terrassentür aufmachen. Tut mir dann noch leid für den Straßenlärm. Aber ich gehe sonst ein und mir laufen die Schweißperlen runter. Die Nummer 3 ist... Ja, schauen wir mal. Ich liebe es, ich liebe es. Es ist The Ritual of Jing. Ist ja mein Lieblings-Rituals-Duft. Ja, doch, ist mein Lieblings-Rituals-Duft. Sakura's of Blood 2. Nein, ich liebe Ritual of Jing. Und es ist die Soothing Body Cream. Ach, die hätte ich zu gut. Ich werde gleich das schmieren. Ja, das ist so ein bisschen die Entspannungsgute Nacht. Duftrichtung, würde ich behaupten. Ich liebe es. Danke, Elena. Yeah. Wie schön. Das freut mich ungemein. Das ist jetzt den Rituals-Adventskalender, den ich mir dieses Jahr nicht kaufe. Und ich fiege es gleich drüber. Wie ist sehr leicht. Vielleicht eine Maske. Ich glaube, ich mache dann doch mal die Terrasse-Tür zu und sterbe lieber. Und ich dachte, ja, noch ein Klopfer, die Steamy-Maske. Das ist, wenn ihr sie nicht kennt, die habt ihr aber bei mir schon mal aufgebraucht, wie das gesehen. So eine wärmende Augenmaske. Die macht ihr auf, klappt sie auf und legt euch die über die Augen. Warte mal, ich habe hier noch die von McRhythm zufällig dastehen. Also so sieht es dann aus. Aber McRhythm ist noch lange nicht so gut wie diese Steamy-Maske. Ich liebe sie. Die war mal in der Glossy-Box dabei. Und ja, einerseits hoffe ich, wenn ich den Glossy-Box-Sale immer mache, dass ich die Box, ich glaube, das ist die Januar-Box dieses Jahres gewesen. Oder? Ja. Ich denke schon, dass ich die habe. Weil, ja, ich liebe sie. Und die kostet, glaube ich, 6 Euro. Also, das ist schon so ein Gönn-Moment. Oh, ich weiß schon, dass ich am 4., weil ich merke mir das nicht. Ich merke mir das bei den vielen Adventskalendern, die ich jetzt seit im Herbst schon auspacke, nicht mehr, was, wo, wann drin war. Dementsprechend werde ich mich am 4. überraschend sehr darüber freuen. Dann die 5. Das ist auch wieder etwas, was rumkugelt. Und zwar, uh, Dr. Barbour. Ein Detox-Libro-Cleanser. Cleanse Steeply, refinest the complexion, optimizes Skincare-Sides. Nice. Das ist doch bestimmt auch was gegen meine Pickel, ne? Warte, da geht es doch bestimmt auch irgendwo Deutsch. Äh, genau. Oh, mit Wärme-Effekt. Wow. Sehr schön. Ich kann ja verraten, ich habe auch was von Barbour. Ich habe sogar zwei Sachen von Barbour in deinem Kalender. Ups. Aber nur, dass du sie bescheid wirst. Ich habe auch so tolle Sachen drin. Also nein, da freue ich mich, den auszuprobieren. Definitiv. Jetzt kommt die Nummer 6. Ja, das Problem bei diesem Adventskalender ist, ich weiß immer nicht, was die 6 ist. Ist es jetzt die da? Oder ist es die da? Ich glaube, das bleibt einem überlassen. Aber ich meine, ich habe, äh, weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht, was, also ich habe den Nikolausklapp schon etwas Besonderes gemacht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, in welchem von beiden der drin ist. Ist ein bisschen doof. Ich mache einfach die auf und dann schauen wir mal, was drin ist. Oh, es ist pink. What's a Melone. Und zwar von Babel Tea, die mag ich auch gern, ein Bodyscrub Watermelon. Der riecht bestimmt toll. Komm mal auf. Oh, der ist noch zu. Ich kann nicht widerstehen, ich muss ihn aufmachen. Da kommt gleich eine Badewanne. Ach nein, das geht ja nicht. Oh nein, der kommt wieder zu der Generventskalender. Oh, ich bleibe hart. Oh, der riecht Wassermelonig. Und wie der Wassermelonig riecht. Ich will dich nicht zurücklegen. Nein. Es ist gut, dass es in der 6 ist und nicht in der 9. Das heißt, ich kriege es drei Tage eher. Oh, wie toll. Also, ich hoffe, das war als 6 gedacht, weil es ist für mich definitiv ein Nikolaus-Highlight. Ähm, 7. Vielleicht auch wieder was Duschiges. Also, hört sich nach was Größerem an. Auch was Pinkes, aber von Eskada Summer Festival. Wieder eine Bodycreme, die Feuchtigkeit spenden soll. Und, ja, nach einem Duft von Eskada riechen soll. Ich bin der Meinung, ich hätte mal was von Eskada gehabt, als ich ganz jung war. Meine Patin hat mal in der Müller sogar die gearbeitet. Und, ja, da kriegt man, glaube ich, Mitarbeiterrabatt. Und dann habe ich öfters mal so Kosmetik, Pflegesachen bekommen, Düfte. Oh, die riecht gut. Und die riecht auch wie das Parfüm. Das ist damals halt richtig schön süß. Mh. Sehr schön. Warum soll ich das alles zurücklegen? Das ist doch kacke. Soll ich am liebsten alles heute schon benutzen. Die können dann gleich wieder auseinander schütteln. Mh. Die 8, die hat es ein bisschen erwischt. Das ist ein bisschen... Das seht ihr nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mir ein bisschen gelitten. Oh, was ist das denn? Intifresh. Daily Intimcare. Multigyn. 12 Intimpflegetücher. Ja, nice. Hatte ich in... Hab ich nicht? Doch, ich glaube, ich habe sogar welche. Wollen die nicht auch mal in einem Adventskalender drin von Intimate oder so? Und die bis heute nicht genutzt haben. Ich dachte, das ist eher was für Männer gewesen. Naja. Aber die kann ich mir vielleicht ganz gut vorstellen für... wenn ich meine Tage habe. Ja, und blockiert viele unermünschte Bakterien. Ich hatte mal von Sebamid extra so ein Intimwaschgel eben so pH-neutral, weil ich ja so Probleme habe mit meiner Milchsäure. Ja, die werden auf jeden Fall ausprobiert. Definitiv. Spannend. Die Nummer 9. Achso, ja, das war das, wo wir uns nicht sicher waren, was was ist. Ist da was drin? Ah ja, man muss noch stark genug gerütteln, dann ist was drin. Oh ja, das ist von Aborian, der Skin Hero. Passt auf. Da steht drauf, der soll in 7 Tagen deine Haut, dein Hautbild verbessern. Auch so Unebenheiten glätten. Und ich dachte mir, ja freilich, Leute. Ja, freilich, das kleine Ding in 7 Tagen. Erstens, das hält, wenn man es ganz sparsam aufträgt, länger als 7 Tage. Ich glaube, ich habe sogar über 10 Tage mit dem Ding geschmiert. Und ich finde, es hat auch das Hautbild verbessert. Finde ich wirklich. Also es ist von Aborian. Aborian ist ja K-Beauty und mag ich ja auch sehr gerne. Also K-Beauty, das ist nice. Sehr schön, den hatte ich mir mal aus dem Wanderpaket rausgenommen. Schön. Den gibt es, glaube ich, auch nur in genau dieser Größe. Ja, nice. Sehr geil, danke Elena. Top Produkt. Mega. Habe ich, glaube ich, in meinem Aufgebraucht-Video auch gezeigt. Und schon geschwärmt. Dann die 10 ist etwas sehr Großes. Oh, kriege ich die 10 raus? Die sind so ein bisschen versunken. Das ist aber auch sehr leicht. Oh Gott. Ich habe gerade noch mehr Glück gehabt. Ich hätte jetzt auch eine Maske getippt. Aber ich lasse es mal in meine Hand fallen. Und ja. Und es ist wieder etwas Wassermeloniges für mich. Ja. Die Wassermelonenmaske hier von Isana. Die kenne ich. Die habe ich auch schon ausprobiert. Und die mag ich gern. Die duftet schön. Die spendet Feuchtigkeit. Sie sieht lustig aus. Ich mag sie. Und dazu noch die Humpf-Chill-Out-Pads. Die waren jetzt schon in mehreren Boxen drin. Einmal eine Trendrader und noch irgendeiner. Die sind auch ganz schön. Ja, ich mag Schäbensaugenpads sind immer gut. Die einzigen, die bei mir irgendwie nicht funktionieren, die sind, weiß ich nicht, ob die zu schwer sind. Keine Ahnung was. Die schwarzen Koffeinpads, die rutschen. Ich weiß nicht, warum. Aber die anderen habe ich sehr gern. Auch die Hand. So, gucken wir mal, ob wir das wieder gut rein kriegen. Ah. Nein, nicht rausfahren. Oh, für mich. So, ich glaube, jetzt habe ich es wieder gut verpackt. Jawohl. Nein, nicht aufgehen. Was haben wir 10? Also kommt die 11. Und wir haben... Uh, was bist du? Von der Compagnie de Provence. Savant Liquid Marseille Exfoliant. Eine Exfoliating Soap. Made in France. Designed in Provence. Ist das eine Seife? Wir gucken mal. Tramon Marseille Exfoliant's Hands and Body in only one step. The skin is softer, more comfortable and more radiant. So, wie würde ich jetzt alles vielleicht zur Handseife einfach benutzen? So sieht es aus. Was? Riecht du noch was? Oh, es ist zu. Kann auch nichts riechen, weil das... Eskada duftet immer noch. Das duftet wirklich stark. Wahnsinn. Ich probiere mal aus. Nee. Man riecht nichts draus. Ja, wird einfach ausgemacht und ausprobiert. Kommt dann, wenn der... Was haben wir gesagt? Elfte angebrochen ist. Gleich mal an den Waschtisch. Oh nein, es ist schon Halbzeit. Ah no. Und die zwölf ist... Äh, da unten. Ich liebe es, wenn du nicht an die Boxen kommst. Also. Ich weiß es nicht. Ui, was bist du denn du? Wildflower in CBD Coolstick. Use it. Apply liberally on affected areas and massage into your skin. Use after bath or shower for better absorption. Formulated from a blend of healing for spectrum CBD oil, organic hemp and seed oil and essential oils. Das ist noch zu. Ja. Was muss man denn mit dem Kühlscharm tun? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen recherchieren. Wie man das macht. Muss man das dann sich irgendwie so unter die Augen? Oder... Weiß ich nicht. Aber es soll kühlen, oder? Noch eine Feuchtigkeit spenden? Macht es das? Ich weiß es nicht. Am zwölften, wenn ich es raushol, werde ich mir nochmal genau einlesen. Jetzt möchte ich mich nicht spoilern. Was genau es ist. Dann kommen wir zur 13. Und die 13 ist... Daumen hoch. Oh, eine Green Night Cream von Comfort Zone. Nourishing Vitamin Cream Night. Oh, ich bin gerade am überlegen, ob ich die eventuell bei dir auch reingemacht habe. Oh, da muss ich meinen Kalender nochmal durchsuchen. Jedes einzelne durchschauen. So schaut die aus. Die hatte ich nämlich auch da. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt, wie gesagt, irgendwie weggegeben habe. Oder ob die in einem Kalender gelandet ist. Oder ob die noch in meinem Backup ist. Ich kenne sie auf jeden Fall. Ich gucke mal. Falls ich sie da reingemacht habe, sorge ich was anderes für dich aus. Ich glaube, ich hatte sie weggelegt, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwie zu reich gekommen sind. Ich gucke mal. Die 14. 14. Ja. Oh, es raschelt und krischt. Könnte ein Badesalz sein? Es ist ein Badesalz. Und zwar Warn- und Zerd, Badekristalle, Tangerine und Kardamom. Einkuscheln und rund um wohlfühlen und knallt. Schade, es gibt keine Duftprobe, wo man reiben kann. aber ja ich war ja geil das wisst ihr ja sehr schön und was bist du merci handy smile detox mint mensch macht man mit dir eine mundspülung ok ja wo steht da heat me up before use aber das war machen in laura mit wasser legen oder was spannend muss ich ja mal gucken das ist auch ungewärm ich habe in der tat nur die mundwasser also ganz flüssig sind aber das ist so cremig irgendwie ich lasse mich überraschen 15 ist wieder riesengroß so schaut sie aus und drinnen wir haben von first aid beautyfab den bump eraser body scrub das ist auch schön den werde ich auch benutzen denn der soll ja use only twice a week gut abwaschen genau den werde ich auch auf jeden fall benutzen weil das ist halt schon so einige bams zum erasen und was haben wir hier von freiöl zwei sos pickel creme masken ach so zur vorbeugung und linderung für unreine und sensible haut wirksam gegen hautunreinheiten ding durch das tragen von masken also ihr seht es auch das extra noch mal hier so hinten was gab gebildet ich bin mir sicher die funktionieren auch ganz gut gegen normale pickel ja mit niacinamid und salicylsäure reguliert die teils produktion die hört sich schön steht extra sondern kein ersatz für das tragen eines nun und nachgeschützes zum schutz von aerosolen ich frage mich dann bei sowas immer welche leute kommen auf die idee dass das irgendwie ersetzen könnte also nee aber schön frei ist eine tolle marke die wird auch aufgebraucht ich weiß nicht ob das reicht dieses kleine sachet für ein einmal gesicht oder ob ich vielleicht das zweite noch dazu braucht dann heißt es wir kommen zu 16 auch wieder zwei sachen drin und zwar einmal haben wir hier von elisa spricht man nicht so oder le parfüm ein rose couture eau de toilette da schaut die verpackung schon so schön aus ich will die nicht top und machen nein ich schnüffel da jetzt nicht dran sie sieht so schön aus also wie gesagt zitiert dann ist es hier so und da hinten dann so zugemacht ist aber irgendwie glaube ich noch nicht so offen oder nein nein ich will es nicht kaputt machen das bleibt mir als überraschung am 16 drin aber ich mag rosenduft ganz gerne also ich denke es wird nach rose riechen weil wenn rose couture drauf steht und was bist du denn für ein heißes teil und und zwar bei bomb super power baby also das ist anscheinend step 1 ein night leaf patch 15 milliliter ultra night leaf mask ok und a2 auch eine ultra night leaf mask ich zeige es euch mal und dann lese ich es noch mal schnell hinten ah ja also du sollst also dieses a2 das sind anscheinend patches hier die tust du auf deinen backlab tust du runter und dann tust du a2 das was hier unten drauf ist auf dein gesicht einmassieren ah also da könnte ich es noch mal sehen ja krass das habe ich noch nie gesehen und noch nie davon gehört also es ist k beauty das ist ja allen klar ne aber wie gesagt ich entschuldige mich für alle hintergrundgeräusche hier aber ich halte es ohne wirklich nicht aus ich habe ich habe es wirklich versucht glaubt es mir nein bleibt mal zu hier dann die blum und zwar ist es von oder klingelt aber matze wird schon an die tür gehen le rouge francais secret tinted lip balm ok ich dachte mir schon erstmal rouge elena weiß eigentlich dass ich keinen rouge also generell keine face produkte trage klingelt licht bisschen süßlich müsste man auch den lippen glaube ich so sieht er aus ja schick doch den werde ich definitiv ausprobieren nice sehr nice damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet als ich das gesehen habe ich dachte wirklich ich bekomme ihn gut okay 18 18 ist da unten hallo matthias hallo schatz bringt ein glas päckchen in der 18 haben wir die imatrix onc den biotolin die benutzt der matze gerade und er findet die ganz gut deswegen ist es gar nicht so schlecht dass wir die jetzt als backup da haben ja ich war auch mal im adventskalender ich glaube die waren du das adventskalender da meine ich mich zu erinnern also im letzten jahr die 19 da haben wir auch zwei sagen oh was bist denn du? guck mal wie süß und klein das krabbelt daumen groß natura bisee barcelona diamond cocoon shea eye crema de ojos also eine augencreme color enhancing fortifying eye cream ja und pollution protection not for individual sale ich wollte gerade sagen not for individual use und dachte mir her was denn sonst was ist die süß? ja die wird auf jeden fall ausprobiert so knuffig wie die ist wie kommt mit in die arbeit dann? und da ist nochmal die von freie öl die maske drin sehr schön ja wenn ich nur eineinhalb brauche dann habe ich dann immer nochmal eine andere und kann es dann vielleicht auf zweimal aufteilen oh wir sind schon in den 20ern ich will nicht dass das aufhört da ist die 20 einen kleinen vielleicht auch wieder eine maske oder ein bad weil es sich so anfört und ja ich habe recht und ja das ist wieder eine kate beauty maske münchen und zwar inspira absolut lax reshiver for lifting mask oder das ist doch kate beauty oder ne ist es gar nicht oder doch ne exclusively produced for spiro cosmetics ach in germany aha ok ich nehme alles zurück das sah so äh hemmiesig aus also jetzt zeige ich sie euch nochmal hier und das ist eine lifting maske jo luxuriöses silberfolie ja mit schweizer eiswein oh habt ihr schon mal eiswein getrunken ich liebe eiswein weil der halt süß ist ich mag ja keinen trockenen wein Entschuldigung für den Straßenlärm das war der OPS-Fahrer nochmal mehr Kulpa dann die 21 man möchte ja nicht meinen dass in so einer Wohnsiedlung hier am Arsch der Welt in einem 9000 in Rotecaf nicht so viel Verkehr als Nachmittag aber wie schön Privacy ähm das ist ein lustiges Kartenspiel und es ist eigentlich ganz gut weil wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst von Buy You Try Me bestellt und Matze hat schon überlegt tun wir das in den Warenkorb rein habe ich gesagt ne lass mal das ist a nicht das ganze Originalspiel ist nur ein Snupperspiel da sind also nicht alle Karten dabei und wir brauchen es nicht naja jetzt kommen wir so dran ne heiße Fragen überraschende Antworten was gibt es denn für Fragen ich habe schon mal Fake Profile von mir auf einer Dating Plattform angelegt ich habe schon mal eine Diät gemacht Alter und ich kenne fast niemand der noch nie eine Diät gemacht hat und der ist Max und der ist ja die ist ja nicht viel dran aber das wird lustig das erzähle ich ihm später jetzt können wir dann Weihnachten mal auspacken da haben wir die Bude voll ähhhhhhhhh ich freu ein 20 ne ja da ich mag ja so lustige Spiele ich bin ja weniger der Typ der so Strategiespiele spielt wenn es um unseren nerdigen Moves geht sondern ich stehe auf die lustigen Sachen dann von Hey Honey Show Your Glow die Gold & Honey Beauty Mask Anti-Aging ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen ja ich wollte schon sagen Mensch ist das nicht die die Glow verleiht aber die hatte ich weitergegeben denn ich mag ja keinen so Glow auf meiner Haut aber da steht jetzt eher nix von Glow sondern eher Anti-Aging Haut weicher machen ja ich denke dann werde ich sie trotzdem mal ausprobieren weil ich hatte die ich weiß nicht ob sie war oder noch eine andere in irgendeiner Box drin und habe gesehen es gab die auch in Braun mit Matt also halt eher ne zum Detoxifyen hab die da noch in einem Wanderpaket dann mal raus war aber nicht so überzeugt von der braunen Maske aber das heißt noch lange nichts ausprobieren dann die 23 was haben wir? hoia Moment mach es mal glatt hier von Grace & Stella die Fußmaske down for the peel die habe ich noch da ja und wollte sie ähm am wann war es denn, ich weiß gar nicht wo ich arbeite die Woche wollte ich es machen weil das ist so ein Fußmaske Wenn du die ran tust, den musst du, glaube ich, sehr lange dran lassen, oder? Genau, wie vor ein Auer. Diese Socken hast du eine Stunde lang dran und dann machst du es runter und binnen ein paar Tagen, so drei bis fünf Tage später, pielt sich dein ganzer Fuß. Also dein Fuß hängt in Fetzen, die oberste Hautschicht geht halt ab und ich stehe auf so Fisselzeug, also ich mag es, die Haut so abzuziehen. Ja, ich weiß, klingt eklig, aber so bin ich halt. Matze war dann stinkig, weil ich hatte so eine Fußmaske eben schon mal gemacht, aber das war eine K-Beauty-Maske, ich kann euch gerade nicht sagen, die Marke. Okay, hatte dann das in einem Wanderpaket drin und habe es, glaube ich, dann sofort rausgenommen und auch gesagt, dass ich dann mal praktisch gegen das koreanische Produkt antreten lassen will. Und ja, genau, sehr schön. Doch, dann hat sich Matze aufgeregt, dass er nichts abbekommen hat, er fände es auch cool. Dann habe ich ihm welche gekauft, aber von, wo kriege ich das wieder ordentlich zusammen, ja, von Rossmann, weil Isana dann, glaube ich, auch, oder Fußwohl ist ja die Fußmarke von Isana, glaube ich, hat auch welche rausgebracht. Dann habe ich ihn nämlich gekauft, damit er nicht stinkig ist. Wie gesagt, wenn wir das nächste Mal machen, machen wir die dann zusammen. So, aber da ich jetzt die zweimal habe, dann heißt es, ich hebe mir die auf für die Weihnachtsfeiertage, sodass ich meine Matze zusammen bekomme, dann kommt wieder eine Grace & Stella. So, das ist der 24. Ich will nicht, dass es aufhört. Oh, der Schwer ist. Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Ne, ich habe es nur eingedellt. Aber ich lasse es mal raus. Oh, Hilfe! Was ist denn das alles hier? Hilfe! Drei Sachen auf einmal. Wir fangen mal mit Hello Body Coco Cool an, dem Coconut Face Mist. Das ist cool, weil ich habe schon die Face Cream da und die Augencreme, wo ich gesagt habe, die will ich mal zusammen benutzen. Und wenn ich das jetzt auch noch habe, kann ich das auch gleichzeitig noch mit benutzen. Sehr schön. Nein, ich probiere es nicht aus. Nein, nein, nein. Da warte ich am 24. drauf. Dann nochmal was für die Füße. Ich liebe es und zwar von Barfuß, also das ist anscheinend die Müller-Hausmarke, wenn es um Füße geht, weil da das Müller-Symbol ist. Fußmaßgefühl, die Nacht, intensive Feuchtigkeit, Kokos Hawaii. Und diesen Duft liebe ich auch. Also generell so Kokos, Hawaii, tropisch, schön. Doch, die mache ich gleich am 24. Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und das letzte von Cetaphir Sun. Lichtschutzfaktor 30, eine liposomale Lotion für trockene, empfindliche Haut. Sofortiger Sonnenschutz, extra Wasser, resistent in Süß- und Salzwasser, hervorragendes Hautgefühl, dermatologisch getestet. Also, ich habe keine trockene und empfindliche Haut, aber ich benutze sie, denke ich mal, für Matze, denn der hat trockene Haut. Vor allem auch im Gesicht. Und wir haben heute unseren Urlaub gebucht für Januar. Wir fahren nach Asien und da ist es warm. Das ist 30 Grad, da ist viel Sonne und da brauchen wir die. Sehr schön. Heuer. Heuer. Das war der Adventskalender und der ist wunderschön. Und dann, ich glaube, bis auf das kleine Malheur mit der Night Cream, bei der ich mir nicht mal sicher bin, ob sie da überhaupt drin ist oder nicht oder noch woanders. Das sind lauter tolle Türchen. So viel Wassermelone. Und ja, toll. Ich weiß genau, dass wenn ich mit denen hinstelle, eigentlich jeden Tag was Superschönes drin haben werde. Und bin auch schon mega gespannt, was in dem Päckchen da drin sein wird. Nochmal als Kracher. Dann an Heiligabend. Also, Wahnsinn. Ich danke dir, liebe Elena. Und ich hoffe sehr, dir gefällt mein Adventskalender auch. Was ich für dich reingepackt habe. Ich hoffe, ich habe alles berücksichtigt, was du mir geschrieben hast, was du magst und nicht hast und so. Und du hast dann genauso viel Freude beim Auspacken, wie ich jetzt hier bei diesem. Und ja, Wahnsinn. Toll. Ich bin begeistert. Meldet euch doch, wenn ihr mir auch welche machen wollt. Das ist schön. Wahnsinn. Ich zeige ihn euch nochmal in seiner vollen Pracht. Komm, geh wieder rein. Also, dieser wunderschöne Kalender wird mich die Adventszeit über begleiten und ich freue mich so drauf, ihn nochmal auszupacken. Ich muss mir jetzt natürlich noch was Schönes überlegen und was Schönes für dich finden. Ich glaube, ich weiß aber schon was, was ich hier einpacken werde, weil das hat von der Form her nicht in den Adventskalender gepasst. Deswegen, glaube ich, mache ich hier das als kleines Extra-Päckchen noch dazu. Und ja, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet den Adventskalender genauso toll wie ich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie begeistert ihr seid. Ich hoffe, so begeistert wie ich. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, beziehungsweise Matze und mir, tu das doch noch gerne. Like das Video und ansonsten wünsche ich euch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut. Vor allem du, liebe Elena. Ciao, ciao.